ARD Text im Auftrag von Funk Hallo alle miteinander, ich begrüße euch zu den letzten zwei Parts von Kingdoms and Castles. Ihr habt richtig gehört zu den letzten Zweien. Die Musik wird immer zu laut. Nein, ich gehe in den anderen. Bitte nicht. Das war der falsche. Scheißdreck da. Den da wollte ich laden, ja. Gut, die letzten beiden Parts, weil ich vorhabe, ein bisschen was zu ändern. Kommt wieder ein Drache. Was sich auch noch in einem separaten Video genau erklären wird, was sich ändern möchte und warum und bla bla bla. Und keine Ahnung, wie interessiert das wird. Noch kommen. Ah, nicht so lau ein Drache. Ähm, und dieses Let's Play hier kommt sowieso nicht so super an. Da hat es einfach nur Spaß gemacht. Deswegen hat es weiter verfolgt. Ich muss mal sehen, wie weit dieser Drache jetzt kommt. Na, der kriegt schon ganz schön was ab. Ich glaube der will schon wieder abbauen. Zack, 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 zack. Na, jetzt hängt er hier. Diese blöden Wallisterpfeile fliegen einfach nur durch. Ähm. Ach komm, jetzt fall einfach vom Himmel. Lass gut sein. Ah, da fällt er. Puff, mitten im Wald. Gut, äh, vorgenommen habe ich mir für diese Folge, also generell für die Session, bis ich fertig bin, ich möchte gerne über 500 Einwohner kommen. Also 460 Betten habe ich, 474 Einwohner momentan. Hier wird noch eine Männa gebaut. Männa waren glaube ich 40 Leute, hatten da einen Platz, oder? 25, nicht 40. Dann wären wir schon fast bei 500. Und ich möchte gerne hier, ähm, die Fortressinsel bauen, die ich mir schon so lange wünsche, die ich unbedingt haben will. Deswegen werde ich hier jetzt auch direkt weiter bauen. Also genau so wie ich es geplant habe, mit diesem, mit diesem, diesem Louis oder wie hieß der? Levi, Levi, Levi Gott da in der Mitte und bla bla bla. Genau so mit, mit, mit den Militärdingern hier, äh, drin. Genau so möchte ich diese, diese Insel da haben. Ähm, ich würde hier nochmal ein paar Zimmer eigentlich hinsetzen wollen. Mir ist auch noch aufgefallen, dass ich hier doch eine Mühle hätte hinbauen können, aber, so ist auch ganz schön. Und die Wikinger kommen, mit denen habe ich gerechnet. Habe ich in der letzten Folge auch erwähnt, dass die garantiert kommen werden. Und da kommen auch drei Ogre diesmal, ei, 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 ei. Die zwingen immer mehr Ogre. Also ich muss mein Herz für Ogre wirklich mal in den Start bringen. Das geht so nicht. Können die so nicht machen. Da, feuern sie auf die. Zack, zack, zack. Und ich unterstütze das auch noch. Das arme Vieh. Die können nicht an Land gehen. Die brauchen einen Vorsprung, um an Land zu gehen. Deswegen ist eine Mauer am Rand einer Insel doch sinnvoll. Boah, das werden ja alles mehr schütteln. Boah, wie viele sind denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ey, scheiße, das ist jetzt wirklich eine Armada. Zehn scheiß fucking Schiffe. Die stehen hier aber unter Dauerfeuer, oder? Ja, zumindestens die. Hier reinkommen. Hier fehlt noch so ein Turm eigentlich. Ah, das wird ja fast wie bei Siedler hier mit der Orga. Die werden den Orga wohl hier absetzen. Der kommt auf jeden Fall da rein. Ich hätte dieses scheiß Stück doch wegmachen sollen. Oder ist der schon tot? Also wenn der... Ne, der ist schon tot. Das sind nur Soldaten drauf. Nur Wikinger. Das Schiff mit dem... Oga ist weg. Der ist gestorben. Hier, da fallen sie. Da sterben sie alle. Ist nur noch der eine Typ drauf. Da, und da siegt das Schiff. Sehr nice. Dem kommt dasselbe Schicksal. Dem blüht dasselbe Schicksal. Da kommen sie jetzt. Allerdings werde ich sie erwarten. Der stockt nochmal ganz schnell seine Truppen auf. Ja, zwei Leute habe ich noch retrotieren können. Da kommt der Orga jetzt. Zwei Orga sind an Land. Bis dass ich zum ersten Mal meine Truppen gegen den Orga kämpfen. Da sind auch die Tore zu. Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Habe ich meine kompletten Truppen eigentlich draußen? Ne. Die eine Truppe ist doch nicht draußen, oder? Der Orga ist down. Also es wird mir auf jeden Fall kein Trupp entkommen. Dafür werde ich sorgen. Hier sind die. Die gehen trotzdem raus und bauen den Scheiß jetzt. Die sind so wahnsinnig. Wie ist das? Die eine Truppe ist doch irgendwie wieder durchgekommen. Hä? Habe ich jetzt keine drei mehr, oder was? Der ist da? Der hat er kurz gekillt. Der ist nochmal zwei. Ah, hier sind sie alle. Ich habe sie alle. Ne. Ich nehme sie. Nicht, einer fehlt immer noch. Der erste. Ach, da steht der. Da geht ein weiteres Schiff unter. Und das war's, oder? Ja, die Tore gehen wieder auf. Sämtliche Wikinger wurden vernichtet. Der Schaden ist durchaus überschaubar. Also, meine Streitmacht hat sich jetzt schon wieder bezahlt gemacht. Also. Die sind ja kaum bis zu meiner Stadt gekommen. Ich muss jetzt die Tore neu hin. Die Brücke. Und die, äh... Das Castle wird neu gesetzt werden. Also, die, die Mauern hier. Äh, mir ist auch letztem Part aufgefallen, dass... Also, beim Schnitt auch wieder, dass ich hier die... Diese Eckdinger wirklich setzen muss. Weil der eine Oger hat... Hier drüben... Diese Seite weggeschlagen gehabt. Und ist dann einfach durchgeflutscht. Bei dem Eckstück. Also, hier hinter ist ja nichts mehr. Hier ist ja keiner mehr, weil hier geht's halt rüber. Und wenn ihr das jetzt zerschlagen könnt, könnt ihr hier halt trotzdem durch. Das nochmal, äh... Den Sachen, die mir halt so wärm im Schnitt nochmal auffallen. Ist schon einiges. Mir ist auch noch eine andere Sache aufgefallen, die mir jetzt gerade noch einfällt. Das ist ja auch noch ein paar Soldaten hat, das auch, aber, ähm... Hier vorne gibt's kein Brunnen. Ist mir ebenfalls aufgefallen. Da muss ich mich auch drum kümmern, indem ich hier am besten so ein Well hinbaue. Und... Nur so ein, zwei Sachen, die mir da ab und an auffallen. Was mir jetzt gerade wiederholt auffällt, ist, dass ich natürlich vergessen habe, einen Timer zu starten. Das ist ja... Ist ja klar. Das ist ein Fluch. Wie lange werde ich dabei sein? Fünf Minuten. Ja, sechs, sieben. Sag mal, sieben Minuten bin ich dabei. Ähm... Lass anhören. Hallo. Ja, ich hab nicht das recht mehr. Der sagt auch noch, hallo. Nix dazu, dass ich die... Die gerade platt gemacht hab? Ich bin... Ich bin erschüttert, nicht gerührt. Ist das sowas? Ich bin auch wieder so versöhnt mit dem Game, dass ich hier wieder eine Query hinbauen werde. Die letzte ist nämlich ungefähr 15 Mal abgebrannt und dann hatte ich immer keinen Bock mehr, da immer wieder eine hinzusetzen, wenn die dann eh wieder abkokelt. Fand ich das irgendwie doof. Wollte ich mich eigentlich nicht einfach ungern verarschen lassen. Mag ich nicht so. Ist nicht so mein... Ich hab schon wieder 66 Steine. Ich hab nicht mal auf... Auf schneller gestellt. Wenn ich auf schneller stellen würde, würde das alles noch viel verlieren. Da oben fehlt ein... Arter Tower. Dann muss hier auch nochmal so ein Tower hinstellen. Und das ist mir auch während des Schnitts aufgefallen, dass die Verteidigung an der Seite nicht so stark ist. Ich nehm, dann guck mal einer rein. Vielleicht hier an der Ecke auch nochmal. Aber gut, die Verteidigung ist jetzt steif genug. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Playthrough überhaupt noch mal einen Angriff... Äh, ja. So, ob noch mal ein Angriff passieren wird. Ich mach mal ein bisschen schneller. Würde mich eigentlich wundern. Wie sieht das mit der Nahrung aus hier? Plus 72. Sehr schön. Äh, über kurz oder lang werde ich so oder so aber nochmal... Neue... Nahrungsmittelversorgungen anschaffen müssen. Wir wissen hier... Warum es keine Fischerei gibt oder so, finde ich auch doof. Ziemlich scheiße. Ich kenne mich gar nicht aus. Barron, Barron, Furtile, Furtile. Ich wollte ja hier nochmal was hin. Ist so die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch so einfällt. Ohne dass ich halt die Wälder noch weiter abholze. Ziemlich hier aus. Furtile. Barron. Das ist jetzt auch Barron, ne? Das ist schlecht. Ja, irgendwelche Sachen in einem Store sind kaputt gegangen. Deswegen kann es ja eigentlich gar nicht so schlecht aussehen mit der Nahrungsmittelversorgung. So gehe ich mal wieder über. So, da kommt nochmal eine Manner hin. Dann komme ich nämlich in diese Folge auf jeden Fall schon über die 500. Und hier geht's rüber. So, da kommt noch ein paar Sachen, die so Kräuter leisen, habe ich nicht mehr. Ja, geht hier. Ist so weit weg von der Straße. Muss ich den anreißen und die Straße ein bisschen reinbauen, damit das geht. Ist jetzt nicht so mein primäres Spiel. Aber die Steine hier weg, die wollte ich auch schon immer weg haben. Bevor die hier fertig sind, bin ich in der Lage, weiter zu bauen. Ich skorre. Ist das eigentlich so, dass wenn ich ein Gebäude abreiße, dann Rohstoffe durch dieses Gebäude zurückbekomme? Also vom rein theoretischen Sinne her müsste ich ja eigentlich was wiederkriegen, weil das Gebäude ja, äh, halt eingerissen ist, ne? Dann ist mehr da. Chamber of War already assists. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bauen die hier, also knallen die hier im Sekundentakt mir neue Steine ins Lager. Deswegen ich Andoron weiterbauen kann. Gut, ähm, hier nochmal rum ein bisschen. Sieht das mit der Cola aus, da habe ich auch wirklich mal genug. Iron sowieso. Ja, Armaments oder so. Höh? Gut, einer meiner Blacksmiths ist irgendwie abgekokelt und ich habe es nicht gemerkt. Ich hätte mir gar nicht... Diese komische Mason bringt überhaupt nichts. Ich glaube, der macht die ganze Zeit... Ich glaube, ich darf nur am Eierschaukeln, der Typ, der macht überhaupt nichts. Der hat überhaupt nichts zu tun. Na, komm schon. Da, jetzt darf ich den neuen Blacksmiths bauen. Noch mal ein Festival ausrichten. Andauernd verhungern hier irgendwelche Leute. Ich bin schon richtig... Ich bin schon eher Richtung Neuzeit unterwegs, wenn die alles verhungern. Die ganzen Märkte sind eigentlich voll besetzt. Also ich habe zwei Märkte, einen hier und einen hier vorne. Die Leute, die hier zwischen wohnen, also der hier, der wird wohl eher jetzt hier hoch gehen. Der hier auch hier runter, aber das ist ja wohl nicht so weit weg. Und die, die hier wohnen, die können ja wohl bis zu den Grandrys laufen, oder? Also, das ist ja jetzt wohl kein Hexenwerk. Ich würde hier auch nochmal marken. Nee, das bringt ja nichts. Du kannst von hier aus einfach zu Grandrys laufen, oder drüber zum Markt. So weit ist es, das gibt sich nichts. So weit ist das jetzt nicht weg. Ich weiß nicht, ob meine Leute einfach nur faul sind, oder lieber einfach hungern. Das behaupten, ich wäre scheiße. 151 Leute haben wir festgelegt. Ah, da habe ich die 500 erreicht. Ja. Warum passiert jetzt nichts? Ich bin jetzt ein Basteling Town. Kann ich irgendwie auch in der Metropol werden? So groß statt wie ich es ist? Geht so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr rausfinden. Bin ich jetzt auch nicht so traurig, drum, dass ich das nicht rausfinde. Ist jetzt nicht so wichtig. Warte, zum Stop-Tile. Ich wollte noch eine Query hier hinbauen. Ich wollte es auf Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wenn wir gerade schon dabei sind, bauen wir hier halt nochmal eine große Stop-Tile hin. Dann haben wir auch garantiert genug Platz dafür. Heute wollen wir eine Hirnzwerge wieder. Trug wie ein Path to Granary. Ähm. Hier ist eine Granary. Die ist aber fast voll. Ich fahre eigentlich die Dauer ab, fast voll. Ich fahre jetzt mal groß hin. Wo fängt die an? Wo ist der Eingang? Da. Da haben wir nochmal eine große Granary. Ich habe ja auch große Pläne. Das hier ist soweit fertig. Ähm. Already exists. Das heißt. Muss ich das hier erst einreißen, oder was? Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ja, da sind hier nochmal ein paar Soldaten, damit der ausgenutzt hat. So, Chamber of War kam hierhin. Jetzt wieder einer verhungert. Ich muss das echt nicht verstehen, oder? Ich weiß nicht, wenn irgendjemand eine Ahnung von dem Spiel hat und mir sagen kann, warum die all zwei hungern. Selbst wenn ich das hier im Endeffekt nicht mehr weitermache. Vielleicht privatspiele ich nochmal. Ich will das trotzdem wissen. Ich stehe ich nicht. Und wenn irgendjemand so ein Klugscheiß da kommt und meint, der dich verhungert, weil du nicht genug zu fressen hast, dann... Keine Ahnung. Dann herzlichen Glückwunsch auf die Idee, die bin ich auch schon gekommen. Es geht ja nicht darum zu wissen... Es geht eher darum zu wissen, warum ich zu wenig zu essen habe, beziehungsweise... Was ich tun muss, damit es eben nicht so ist. Beziehungsweise damit sich das ändert, weil ich ja eigentlich an sich genug habe. Also ich bin der Meinung, ich produziere genug, habe genug da, aber die Leute kommen irgendwie nicht in die Vertriebswege ran. Irgendwie so. Ist ein Markt nur für eine bestimmte Anzahl von Leuten ausgelegt? Haben die nur so und so viele Möglichkeiten? Na gut, der Mantel ist relativ leer. Der auch. Ich würde wahrscheinlich hier mitten rein nochmal einbauen. Blöderweise habe ich es da nicht eigentlich gemacht. Das ist blöd. Das haben wir gebaut. Das soll ich auch nicht, was ich sonst machen würde, dann außer die verpfiffen zu machen. Kann ich hier denn hier wieder Leute arbeiten. Ich habe nämlich hier jetzt genug, um einen zweiten Barrack zu bauen. Zusätzlich dazu brauche ich hier natürlich noch ein paar Verteidigungslinien. Das ist wirklich wichtig. Ich würde die ja nur vom Ballistentürm verteidigen lassen, wenn ich wüsste, dass es was bringt. Aber ich bezweifle, dass stark Ballistentürmer mich ganz schön enttäuscht irgendwie viel zu bringen. Gut, dort kommt der Drache. Ich warte zwar nicht auf solche Events, bevor ich aufhöre, aber ich wollte eh gerade diesen Verluster nur setzen und dann Feierabend machen für diese Folge. Wir haben die magischen 500 Einwohner geknackt. Hier werden noch mehr Gebäude gebaut, dann werden wir nächste Folge bei 500 an die 600 kommen. Vielleicht schaffe ich es auch noch auf die 700 noch. Also ich werde jetzt nächste Folge versuchen, so weit wie möglich noch zu kommen. Mal sehen, wie weit. Das hier wird auf jeden Fall fertig werden. Ich bin nur nicht so ganz davon überzeugt, ob ich genug Holz habe. Aber ich glaube, das mit dem Holz kriege ich auch noch wieder hin. Ja, derweil wünsche ich euch was. Seid wie immer dazu eingeladen, Feedback dazulassen. Und mir zu erklären, warum meine Leute zuvor hungern, das wäre vielleicht ganz nett. Aber sei es für den heutigen Tag gewesen. Morgen kommt dann die letzte Folge Kingdoms and Castles. Und ja, wünsche euch noch was. Tschö. Untertitelung.